Hi, in diesem Video vergleiche ich für dich vier der derzeit besten und beliebtesten Infrarotheizungen. Zuerst gehe ich auf wichtige Informationen zu den Heizungen ein, was für dich interessant sein kann, wenn du dich noch nicht mit ihnen beschäftigt hast. Ansonsten hat das Video aber auch Zeitstempel, falls du direkt zu den Produkten springen möchtest. Oft ergibt es Sinn, die Räume mit mehreren leistungsschwächeren Infrarotheizungen auszustatten, anstatt mit einer sehr leistungsstarken, da so mehr Bereiche des Raums angestrahlt und aufgeheizt werden können. Oft reicht es in dem Fall auch nur den Teil des Raums anzustrahlen, indem du dich länger aufhalten willst, wie beispielsweise dein Arbeitsbereich. Denn was ist eine Infrarotheizung? Wie die Sonne erzeugt die Heizplatte direkte Wärme per Infrarotstrahlung, die nicht die Umgebungsluft erwärmt, sondern alle im Raum befindlichen Objekte. Neben dir als Person werden die Wände, die Decke, der Boden und die Möbel aufgewärmt. Diese geben die gespeicherte Wärme dann nach und nach in den Raum ab. Die Platten heizen sofort auf und du bekommst direkt Wärme. In wenigen Minuten sind sie auf Betriebstemperatur. Um sich direkt aufzuwärmen ist es super, es dauert aber insgesamt länger den Raum aufzuheizen. Die Wärme bleibt dafür aber länger erhalten, als wenn nur die Luft aufgeheizt wird, wie es bei herkömmlichen Heizungen der Fall ist. Wenn du beispielsweise Stoß lüftest, wird zwar die Luft kälter, die Gegenstände und Wände haben aber trotzdem noch die gespeicherte Wärme, mit der der Raum anschließend wieder aufgewärmt wird. Ein Thermostat ist sinnvoll für dich, wenn du die Temperatur regeln willst. Es schaltet bei Bedarf die Heizung zu gewünschten Uhrzeiten bzw. bei erreichter Wunschraumtemperatur wieder ab. Wenn du keins installiert hast, läuft die Heizung dauerhaft auf maximaler Leistung und hört erst wieder auf, wenn du den Stecker ziehst. Wichtig ist, dass du keine Gegenstände vor die Heizung stellst. Die Heizungen werden bis zu 125 Grad heiß. Es besteht zwar keine Brandgefahr, sie blockieren aber die Heizstrahlung und alles, was sich dahinter befindet, kann nicht mehr ordentlich aufgeheizt werden. Es ist auch wichtig, wie gut der Raum isoliert ist, wie viele Außenbände er hat und wie groß der Raum ist. Die Firma Trotec hat hier eine schöne Faustformel zum Ausrechnen der benötigten Wattstärke. Wenn du mehr Effektivität willst, rechne einfach mit etwas mehr Watt pro Quadratmeter. Erfahrungsberichte haben gezeigt, dass man mit 100 Watt pro Quadratmeter in einem solide isolierten Raum nichts falsch macht. Wie eben erwähnt ergibt es oft Sinn, bei größeren Räumen 2-3 Heizplatten zu installieren. Hast du beispielsweise einen Bedarf von ca. 1100 Watt für deinen Raum, schaue, ob sich zwei 600 Watt Platten strategisch besser platzieren lassen als eine 1100 Watt Platte. Denn dann kannst du mehr Teile des Raums bestrahlen und jede Platte individuell ansteuern. Jeder Hersteller gibt dir für deren Infrarotheizung eine separate Empfehlung, an der du dich orientieren kannst. Diese bekommst du gleich alle von mir. Die größten Vorteile bei Infrarotheizungen sind, sie sind sofort einsetzbar und es sind keinerlei zusätzliche Installationen oder teure Umbauten erforderlich. Die Platten erreichen in wenigen Minuten die Zieltemperatur und geben direkt eine sehr angenehme Wärme ab, wodurch du dich an kalten Tagen direkt aufwärmen kannst. Viele verwenden Infrarotheizungen deshalb auch gerne im Badezimmer, um morgens direkt eine angenehme Wärme abzubekommen. Optional gibt es die Heizung hier auch als Spiegel. Damit du die Stromkosten kalkulieren kannst, hat die Firma Wasna eine Beispielrechnung für ihre Modelle erstellt. Hierfür musst du natürlich den Beispielpreis durch deine persönlichen Stromkosten pro Kilowattstunde ersetzen. Du kannst die Rechnung auf alle vorgestellten Modelle übertragen, denn die Infrarotheizungen haben eine nahezu 100%ige Effizienz. Das heißt, die gebrauchte Energie wird fast vollständig in Wärme umgewandelt. Jetzt solltest auch du gut aufgewärmt sein, also lass uns mit den Produkten starten. Nummer 1 ist die M- und die P-Serie von Könighaus. Könighaus ist mittlerweile der deutsche Marktführer für Infrarotheizungen und besitzt Patente auf die verbaute Technik. Die beliebtesten und bekanntesten Modelle sind die P-Serie, die speziell für die Wand entwickelt wurde und die M-Serie, die speziell für Decken und Schrägwände geeignet sind. Die Infrarotheizungen werden in Deutschland produziert und unterliegen daher sehr hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards. Um jetzt herauszufinden, welche Heizung für dich interessant ist, habe ich dir zwei Tabellen für beide Serien zur Orientierung erstellt. Wenn du planst, sie an der Wand anzubringen, orientier dich an der P-Serie. Soll sie an die Decke, schau dir die M-Serie an. Dann suche in der Tabelle nach deiner Raumgröße und wähle das passende Modell. Du kannst natürlich auch Modelle mit einer höheren Wattleistung für kleinere Räume kaufen. Denke dann nur daran, dass mit einer höheren Wattleistung der Infrarotheizung mehr Strom verbraucht wird, als mit einer niedrigeren Wattleistung. Dafür benötigt die leistungsstärkere Infrarotheizung weniger Zeit, um den Raum auf die Wunschtemperatur zu bringen. Wichtig zu wissen ist, dass die M-Serie weitere Bauteile und andere Materialien benötigt, die eine speziell wärmeleitfähige Rückwand garantiert. Sie hat außerdem andere Abstandshalter, damit sich hinter der Infrarotheizung keine Hitze staut. Deshalb ist diese teurer als die P-Serie. Optional kannst du bei beiden Serien Standfüße dazu kaufen, um sie mobil im Zimmer zu platzieren. Ein Thermostat ist nicht bei allen Modellen inklusive. Das benötigst du, wenn sich die Heizung beispielsweise bei der gewünschten Zieltemperatur automatisch abschalten soll. Ohne Thermostat läuft sie sonst durchgehend mit maximaler Leistung, bis du den Stecker ziehst. Es gibt von Könighaus auch Smart Thermostate, mit der du die Infrarotheizung in dein Smart Home integrieren und sie per App steuern kannst. Wenn dir die neuen Modelle zu teuer sind, du aber nicht auf die deutsche Qualität verzichten willst, bietet Könighaus auch B-Ware bzw. Restposten an. Der Unterschied, ich zitiere, hier handelt es sich um Geräte mit kleinen optischen Mängeln an der Frontseite, Rückseite oder um Versandrückläufer. Die Geräte sind technisch voll funktionsfähig. Sie erhalten eine Gewährleistung über 24 Monate. Die Kartonage ist gegebenenfalls bereits einmal verwendet worden. Bitte beachten Sie, dass die Bauart leicht von den dargestellten Bildern abweichen kann. Lieferumfang, Infrarotheizung mit Stecker und Befestigungsmaterial. Es ist kein Thermostat im Lieferumfang enthalten. Falls du daran Interesse hast, verlinke ich dir auch die Seiten zu allen B-Warenserien in der Videobeschreibung. Du bekommst dir teilweise auf die Modelle bis zu 50% Rabatt. Insgesamt haben die Könighaus-Infrarotheizungen ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und sie sind made in Germany. Derzeit musst du bei Käufen im offiziellen Online-Shop aber eine längere Lieferzeit einplanen, da laut deren Website die Nachfrage extrem hoch ist. Das kann sich natürlich auch auf den Preis in der Zukunft auswirken. Meine Empfehlung, falls du eine Könighaus-Infrarotheizung kaufen willst, ist, kauf sie sofort auf deren Website am günstigsten mit Newsletteranmeldung für 10% Rabatt, wenn du Zeit hast. Falls du sie schnell brauchst, sind sie bei Amazon und den meisten anderen Shops momentan direkt lieferbar. Auch hier findest du alle Links in der Videobeschreibung. Nummer 2 ist die HF-HP 106er Serie von Heidenfeld. Heidenfeld ist eine Marke der deutschen Firma Miveber. Die Modelle der HF-HP 106er Serie sind am ehesten vergleichbar mit der P-Serie von Könighaus. Preislich liegen sie ziemlich gleich. Außerdem sind die Modelle ab der 106er Serie für die Wand und die Decke geeignet. Hier siehst du die Eigenschaften und alle weiteren Modelle in der Tabelle mit den Werten, die vom Hersteller angegeben werden. Die Unterschiede zu der Könighaus P-Serie sind, dass du hier ein integriertes Thermostat, eine Fernbedienung und 10 anstatt 5 Jahren Garantie bekommst. Der größte Unterschied ist, dass die Heidenfeld Infrarotheizungen in China produziert werden. Allerdings werden sie in Deutschland auf höchste Qualitätsstandards geprüft und sind TÜV und GS zertifiziert. Du kannst hier also eine gute Qualität erwarten. Das passende Montagezubehör für Wand und Decke bekommst du mitgeliefert. Wenn du eine Heidenfeld Infrarotheizung kaufen willst, empfehle ich dir, wie bei Könighaus direkt beim Shop zu kaufen und dich in den Newsletter für einen Willkommensrabatt einzutragen. Dort bekommst du die günstigsten Preise und hast derzeit keine lange Lieferzeit. Auch Heidenfeld B-Ware gibt es, solange der Vorrat reicht. Derzeit gibt es nur die HFHP 100er Serie, aber das kann sich auch schnell mal wieder ändern. Achte hier nur darauf, dass die 100er Serie nur für die Wand geeignet ist. Die Firma schreibt zu ihren Restposten, Zitat, auf Funktion geprüfte B-Ware aus Kundenretouren. Dieses Produkt wurde von unserer qualifizierten Werkstatt auf Funktion geprüft, kann aber folgende Mängel aufweisen. Optische Mängel, leichte Beschädigungen, die die Funktion jedoch nicht beeinflussen. Des Weiteren kann die Originalverpackung leicht beschädigt oder nicht mehr vorhanden sein. Auch hier findest du natürlich alle wichtigen Links in der Videobeschreibung. Nummer 3 ist die Citara M-Serie von Wasna. Wasna ist eine deutsche Marke der Mancatec GmbH. Sie ist die zweite deutsche Firma, die neben Könighaus auch in Deutschland produziert. Deren Infrarotheizungen sind hochpreisig und die teuersten in der Anschaffung in dem Vergleich. Deshalb habe ich hier für den Vergleich das 450er Watt Modell gewählt. Es liegt preislich ungefähr in derselben Kategorie wie die 1200 Watt Modelle der anderen vorgestellten Marken. Dafür bekommst du natürlich eine hohe TÜV-geprüfte Qualität und 5 Jahre Garantie auf die neuen Modelle. Sie sind außerdem für die Wand und die Decke geeignet, plus alle benötigten Befestigungen sind im Lieferumfang enthalten. Wenn du Standfüße dazu kaufst, kannst du sie auch mobil im Zimmer platzieren. Die Citara M-Modelle haben eine hochwertige Carbon-Schicht, wodurch die Infrarotheizungen die edelsten und hochwertigsten im Vergleich sind. Wenn du genau darauf Wert legst, könnten die Wasna-Heizungen interessant für dich sein. Um sie zu kaufen, empfehle ich dir es auch direkt über den offiziellen Wasna-Shop zu machen. Auf Amazon sind fast alle Produkte der Serie ausverkauft. Außerdem musst du dich derzeit auch teilweise etwas gedulden mit der Lieferzeit. Die Firma bietet auch Restposten an und das folgende versteht Wasna unter ihrer B-Ware. Zitat Falls du daran Interesse hast, verlinke ich dir alle Restposten sortiert vom günstigsten Preis aufsteigend in der Videobeschreibung. Die letzte Infrarotheizung im Vergleich ist die TS-Serie von Trotec. Die deutsche Firma Trotec kommt aus Heinsberg und produziert auch in Deutschland. Sie beschäftigen mehrere hundert Mitarbeiter und legen höchsten Wert auf Qualität. Angefangen bei der Haptik, überleichte Bedienung, Ergonomie, Spitzentechnologien, Nachhaltigkeit bis hin zu unverwechselbarer und wiedererkennbarer Qualität. Preislich ist sie über Könighaus und Heidenfeld und unter Wasna einzuordnen. Hier ist nochmal die Faustformel von Trotec, an der du dich zum Ausrechnen der Wattleistung orientieren kannst. Dazu die Tabelle mit allen Modellen der TS-Serie. Hier im Beispiel wurde ein 10 Quadratmeter Raum mit sehr guter Dämmqualität und zwei Außenwänden gewählt. Hier kommen 600 Watt als Ergebnis raus. Schauen wir jetzt auf die Tabelle mit den Modellen, würde ich in dem Fall entweder zweimal die T300S oder einmal das T700S Modell kaufen. Je nachdem, wie man sie sinnvoller im Raum platzieren kann. Insgesamt bekommst du von Trotec hochqualitative Infrarotheizung. Der größte Unterschied zu seinen Mitstreitern liegt in der Garantie. Außer der gesetzlichen 2 Jahre Gewährleistung gibt es hier keine separate Garantie. Wenn du eine kaufen willst, gibt es auch hier die besten Preise direkt auf deren Shopseite. Dort kannst du auch verschiedene Bundles kaufen, zum Beispiel direkt mit Smart Thermostat und Standfüßen und so weiter. Bei Amazon sind die Heizplatten derzeit ausverkauft. Es können natürlich jederzeit die Lager wieder aufgefüllt werden. Wenn du in der Nähe von Heinzberg wohnst, kannst du direkt zu deren Outlet Store fahren. Das schreibt Trotec zu ihrer B-Ware. Zitat Für alle Warenrückläufer gilt, diese Kontingente sind begrenzt und nicht ständig auf Lager. Daher kann eine sofortige Lieferung nur im Verfügbarkeitsfalle erfolgen. Solange der Vorrat reicht, andernfalls nur in Reihenfolge der eingehenden Bestellungen ohne Lieferanrecht. Es handelt sich um getestete Warenrückläufer mit wenig oder gar keinen Betriebsstunden. Die Geräte weisen kaum Gebrauchsspuren auf und sind absolut neuwertig. Alle Warenrückläufer sind inklusive einem Jahr Gewährleistung. Die Abbildung entspricht nicht dem Gerätezustand. Wenn du nicht aus der Nähe kommst, gibt es für dich aber auch einen Outlet Online Shop, bei dem du immer mal wieder nach reduzierten Restposten schauen kannst. Insgesamt haben sie ein Riesensortiment und den direkten Link zur T-Serie und zum Outlet gibt es auch hier direkt in der Videobeschreibung unter dem Video. Kommen wir zur Vergleichstabelle. Hier möchte ich dir nochmal die wichtigsten Punkte aus dem Vergleich zusammenfassen. Bitte beachte, dass die Informationen Stand jetzt, also vom 20.10.2022 sind und dass sie sich mit der Zeit ändern können. Prüfe diese also nochmal vor dem Kauf. Könighaus ist Marktführer in Deutschland und die P-Serie ist die günstigste Infrarotheizung für die Wand, made in Germany. Es herrschen sehr hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards und sie sind TÜV-zertifiziert. Du bekommst 5 Jahre Herstellergarantie und einen 10% Rabattcode nach der Newsletteranmeldung. Die M-Serie für die Decke ist deutlich teurer. Eine App-Steuerung ist mit Smart Thermostat möglich, also sind sie Smart Home kompatibel. Insgesamt haben die Könighaus Infrarotheizungen ein super Preis-Leistungsverhältnis, dafür aber derzeit längere Lieferzeiten. Die Heidenfeld HF-HP106 Serie hat ein integriertes Thermostat inklusive Fernbedienung, 10 Jahre Herstellergarantie, ist für die Decke die günstigste Alternative, für die Wand ungefähr preisgleich mit Könighaus. Sie sind TÜV- und GS-zertifiziert, außerdem bekommst du einen 10 Euro Rabattcode nach der Newsletteranmeldung. Insgesamt ein super Preis-Leistungsverhältnis und derzeit sofort lieferbar. Die Modelle aus der Vastner Citara M Serie sind die hochwertigsten Infrarotheizungen im Vergleich. Die Platten haben eine Carbon-Beschichtung, sind made in Germany und eher im Hochpreissegment zu finden. Dafür bekommst du 5 Jahre Herstellergarantie und die Modelle sind für die Decke und die Wand geeignet. Das sind die Zertifizierungen und sie sind derzeit zeitnah lieferbar. Die Trotec TS Serie ist preislich über Heidenfeld Könighaus und unter Vastner einzuordnen. Du bekommst eine hochwertige Qualität, made in Germany. Sie sind in verschiedenen Komplettsets auf der Website erhältlich. Es gibt nur 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung und keine Garantie. Die Firma ist ISO-zertifiziert und die Trotec Infrarotheizungen sind derzeit sofort lieferbar. Und das sind sie, die 4 beliebtesten Infrarotheizungen. Die Preise habe ich bewusst nicht mit angegeben, weil sie sich gerade jetzt bei hoher Nachfrage sehr schnell ändern können. Prüfen kannst du die Preise der neuen Produkte und der B-Ware einfach direkt bei den Shops, die ich dir alle unter dem Video verlinke. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Kauf und hoffe, dass die aktuelle Strom- und Gassituation sich bald wieder normalisiert. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.